Wer in den letzten zwei Jahren auch nur vorübergehend in München sich aufhielt, musste ebenso unvermeidlich auf den Namen Spitzeder stoßen, als der Besucher Roms auf den des Papstes. Adele Spitzeder, in deren Vorhof morgens bis abends die Leute Mann an Mann und Weib an Weib sich pressten und drängten, um nach stundenlangem Warten endlich ihr Geld anbringen zu können, diese Adele Spitzeder war nicht nur die größte Merkwürdigkeit, sie war das Wunder der Stadt. Vor wenigen Tagen nun hat das Wunder seine Erklärung und seinen Abschluss gefunden. Adele Spitzeder ist wegen Überschuldung zuerst in Zivil und dann wegen betrügerischen Bankrotts in Kriminalhaft genommen worden. Ihre Dachauer Bank ist gebrochen. Und Adele, die noch vor wenigen Tagen in Gold, Silber und Banknoten förmlich wartete, steht auf der Schwelle des Zuchthaustores, das sich binnen kurzem hinter ihr schließen wird, um sich nicht so bald wieder zu öffnen. Das, was wir gerade gehört haben, das schrieb ein gewisser Reinhold von Kirch im Dezember 1872. Vermutlich handelt es sich bei dem Namen um ein Pseudonym und es handelt sich um jemanden, der Insights hatte, in das zweifelhafte Geschäft einer gewissen Adele Spitzeder. Adele Spitzeder war ursprünglich Schauspielerin, brachte aber mit ihrer sogenannten Dachauer Bank rund 33.000 Menschen aus München und Umgebung um ihr Erspartes. Am Ende ging es um etwa 38 Millionen Gulden, das wären heute mehr als 500 Millionen Euro. Ja, und die Dunkelziffer war vermutlich noch deutlich höher, denn Buchhaltung war nicht gerade das, was bei Adele Spitzeder an der Spitze der Prioritätenliste stand. Mein Name ist Anna Höhnscheid und ich bin Tobias Göttler. Wir sind Redakteure bei der Wirtschaftswoche und Sie hören Vivo History Financial Crimes. Ja, und in dieser Folge geht es eben um die schon erwähnte Adele Spitzeder, eine deutsche Frau, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in München eine Art Heiligenfigur war und anderen auch verhasst. Jedenfalls, sie war sehr umstritten, hat auch einen Grund. Sie ist die Frau, die das erste aktenkundig bekannte Ponzi-Scheme der Geschichte aufgezogen hat. Das war fast 50 Jahre vor Charles Ponzi, den Sie ja vielleicht noch aus unserer ersten Folge kennen. Ein Ponzi-Scheme wird hier in Deutschland umgangssprachlich Schneeballsystem genannt. Es bedeutet, dass ich Geld von Investoren annehme, ihnen eine hohe Rendite verspreche und sie auszahle mit dem Geld weiterer Investoren. Wir haben mit Julian Nebel gesprochen, er ist der Autor des Buches Der größte Bankenbetrug aller Zeiten, der sich mit dem Fall Spitzeder beschäftigt. Und er erklärt uns jetzt mal, warum die Zeit, in der Adele damals als Schemerin tätig wurde, eine besonders dankbare Zeit für eine Betrügerin wie sie war. Das war eine Zeit der politischen und wirtschaftlichen Umbrüche. Es gab das Deutsche Reich vorher in dieser Form nicht. Es gab aber auch nicht diese riesige Masse an Fabrikarbeitern, die die Städte förmlich explodieren ließen. Also es gab auf einmal abhängige Lohnarbeit. Das heißt Leute, die monatlich einen Betrag bekommen haben, der war sicher nicht viel, aber sie konnten damit außer Wohnung und Essen eben auch etwas tun, zum Beispiel investieren. Ja und genau diese neue Investitionsbereitschaft der Arbeiter macht sich Adele Spitzeder zunutze. Aber schon bevor sie zur Betrügerin wird und diese Lage ausnutzt, führt sie ein bewegtes Leben. Beginnen wir in ihrer Kindheit. Adelheid, genannt Adele Spitzeder, wird in Berlin geboren. Ihre Mutter ist Schauspielerin, ihr Vater ein recht bekannter Opernsänger, worauf sie sehr stolz ist. Ihr Vater bringt sechs weitere Kinder mit in die Familie. Ja, nachdem ihr Vater dann gestorben ist, Adele ist eben noch sehr jung, als das passiert, wird die Patchwork-Familie ein bisschen auseinandergerissen. Adele geht mit ihrer Mutter nach Wien und mit acht wird sie dort in eines der ersten Institute gegeben. Dort ist sie umgeben von der Spitze der Gesellschaft, aber sie beschreibt sich zu diesem Zeitpunkt selbst als faul und träge. Adele hat ihren eigenen Kopf. Sie ist tatsächlich ein Kind, das sich nicht viel sagen lässt. Mit acht Jahren raucht sie schon heimlich Tabak. In der Nachbarschaft in Wien bekommt sie den Spitzennamen Eulenspiegel, weil sie da so viele Schaben mitzüge treibt. Und sie lernt immer noch wenig, sagt sie. Als sie zwölf ist, kann sie laut eigener Aussage weder richtig lesen noch korrekt schreiben. Sie schwärmt aber für die Bühne und für die Musik. Und sie fleht ihre Mutter an, wieder nach München zu ziehen, auch weil sie ihre Geschwister vermisst. Und die Mutter gibt nach. Dort angekommen hat sie endlich einen festen Wohnsitz, treibt sich nicht mehr die ganze Zeit herum und bekommt Spaß am Lernen. Ja, nicht nur Spaß. Sie wird eine Bildungsbürgerin innerhalb weniger Jahre, liest alle Klassiker, lernt verschiedene Fremdsprachen und ist dann mit Anfang 20 eine der schlauesten Frauen und der gebildetsten, die sie selbst kennt. So beschreibt sie dann selber. Was Julian Nebel dazu sagt und wie er das einordnet, hören wir jetzt. Würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Wahrscheinlich ist aber ein Kern Wahrheit schon dran. Ja, sie ist natürlich oft umgezogen. Das bedingte der Beruf ihrer Mutter, die mit ihr von München nach Wien und anderswo ist. Also sie hatte keine wirklich beständige Kindheit und deswegen auch keinen beständigen Schulbesuch. Und es kann durchaus sein, dass sie dann diese Defizite, die sie dadurch hatte, ich sage mal so retrospektiv, ein bisschen zu spitzend gesagt hat, ich habe ja nicht mal ordentlich lesen und schreiben gelernt am Anfang. Aber hätte ich das mal gemacht, weil was ich für tolle Anlagen hatte, hat man ja dann gesehen. Also ich musste mich quasi nur zehn Minuten jemanden unterhalten, dann konnte ich dessen Sprache. Das hat sie also wahrscheinlich in die eine wie in die andere Richtung ein bisschen übertrieben. Was unstrittig ist, sie begeistert sich für die Bühne und sie will ihrer Mutter auf diese Bühne folgen. Was folgt, ist ein Auszug aus ihrer Autobiografie, die sie 1878 geschrieben hat, nach ihrem großen Fall im Gefängnis. Ich teilte meiner Mutter meinen Entschluss mit, aber sie war entschieden dagegen. Es kostete sehr viel Überredung, bis sie endlich ihre Einwilligung gab. Sie fürchtete wohl zunächst, dass ich mit meinem Feuerkopfe den Intrigen im Theaterleben nicht gewachsen wäre. Wusste sie doch aus Erfahrung, dass sogar Sterne erster Größe sich diesem Schlangengewinde nicht immer zu entziehen vermögen. Zudem hatte sie mich streng sittlich erziehen lassen, mich stets auch überwacht und zum Beispiel im Alter von 20 Jahren nie allein ausgehen lassen. Ich hatte mir aber das Theater einmal in den Kopf gesetzt. Und so musste es also auch durchgeführt werden. Adele setzt sich also mal wieder durch. Allerdings verläuft ihre Karriere eher durchschnittlich. Sie zieht, wie das damals so üblich war, mehr als zehn Jahre durch die Gegend und hat verschiedene Rollen. Der echte Durchbruch kommt aber nicht. Sie selbst glaubt, als Schauspielerin sehr erfolgreich zu sein und dass ihre Kolleginnen und Kollegen neidisch auf sie sind. Julian Nebel schätzt es so ein. Mit einem Wort war ihre Schauspielkarriere gescheitert. Das ist natürlich ein hartes Urteil, wenn man sieht, dass sie doch zehn Jahre davon gelebt hat. Mit was sie halt nicht zurechtkam offensichtlich war, ich sage mal, das Honorar, was sie dafür bekommen hat. Wahrscheinlich hätte sie mit einem bescheideneren Lebensstil davon ganz gut leben können. Aber sie hatte dann irgendwie doch eine große Freude am Geld ausgeben, die wahrscheinlich viele nachvollziehen können, diese grundsätzliche Freude. Aber es hat halt bei ihr dazu geführt, dass die Ausgaben, die Einnahmen immer weit überstiegen haben. Das heißt, die Karriere ist gescheitert, betrachtet man das, was sie selbst vom Leben erwartete. 1866 ist Adele dann als Schauspielerin endgültig gescheitert. Sie ist jetzt vor allem eines, pleite. Zu der Zeit versucht sie noch einmal, sich zu retten, indem sie ihr ganzes Geld in einem Casino in Baden-Baden setzt. Sie verliert aber alles und muss letztlich sogar ihr letztes Hemd im wahrsten Sinne des Wortes dort abgeben. Die arbeitslose Adele ist auf der Suche nach einer Unterkunft und einem Lebensunterhalt. Von der Mutter kriegt sie nur 50 Gulden, was in ihren Augen viel zu wenig ist. Tatsächlich sind 50 Gulden gar nicht so wenig, wie man meinen könnte. Es ist in etwa so viel, wie ein Maurer zu der Zeit verdient. Heute wären es etwa 1000 Euro. Adele wohnt aber mit ihrer Freundin Emilie und sechs Hunden im Hotel, was natürlich deutlich höhere Kosten verursacht. Ich zerbrach mir den Kopf. Woher die Mittel zur Existenz nehmen? Bis sich mein nach Geld suchender Geist eines guten Freundes erinnerte, welcher mir schon früher bei ähnlichen Anlässen aus der Klemme geholfen und jederzeit sein Darlehen reichlich verzinst retourniert erhalten hatte. Er zeigte sich auch diesmal willig. Ich blieb nun ruhig und harmlos wie die Wiesenquelle im Hotel Munkert wohnen. Und zwar nichts weniger als anspruchsvoll im fünften Stocke. Als die Geldmittel wiederum mehr und mehr auf den Gefrierpunkt herabsanken, da schränkte ich, rationell genug, meinen Haushalt mehr und mehr zusammen. Und kochte selbst. Obwohl ich früher nie auch nur eine Kartoffel abgesotten hatte. Morgens kaufte ich immer die unumgänglich notwendigen Viktualien hierzu. Und auf einem Kochapparate, dessen glückliche Besitzerin ich aus früheren, besseren Zeiten geblieben war, verfestigte ich meine einfache Nahrung. In den Nachmittagsstunden braute ich guten Mokka, rauchte eine Zigarre und abends ging ich in Begleitung einer Freundin in ein billiges Restaurant und verzehrte ein frugales Abendmahl. All diese Entbehrungen hätten sofort ihr Ende erreicht, wäre ich zu meiner Mutter gezogen und hätte ich meine Freundschaften aufgegeben. Aber das konnte ich nicht. Es wäre ein Gewaltstreich gegen meine eigene Natur gewesen. Adele ist zu diesem Zeitpunkt 36. Das ist aber nicht der Grund, warum sie nicht zu ihrer Mutter ziehen will. Es hat vor allem was mit ihrer Freundin zu tun. Adele ist eben homosexuell und ihre Mutter scheint das nicht so zu akzeptieren. Das schwingt immer wieder durch in ihrer Biografie, auch wenn es nie so konkret besprochen wird. Stattdessen lebt sie also im Hotel. Sie pumpt immer wieder Freunde an, zahlt einen Kredit mit dem nächsten ab, wendet sich dann an andere Leute, die ihr Geld leihen. Und die Zinsen, die sie dann, die Zinsen bei all diesen Darlehen, die sie wiederum mit anderen Darlehen abbezahlt, wachsen entsprechend immer weiter. Irgendwann fliegt sie aus dem Hotel Munkert in München raus. Auch deswegen, weil sie da gar nicht mehr allzu viel Geld lässt. Sie kocht ja inzwischen selbst. Außerdem stören ihre sechs Hunde ein bisschen die Hotelgesellschaft. Als sie das Hotel verlässt, soll sie dem Hausmeister noch die Worte zugerufen haben, ich werde noch einmal eine Rolle spielen in dieser Welt. Sie zieht nun in das Hotel Österreichischer Hof. Den Wirt und seine Frau kennen sie noch aus der Zeit in Wien und aus alter Vertrautheit stellen die beiden ihr zwei Zimmer zur Verfügung zu einem recht mäßigen Preis. Aber auch ein mäßiger Preis muss erstmal bezahlt werden. Adele braucht nach wie vor händeringend Geld, um die vielen Kredite, die immer höhere Zinsen zur Folge haben, abzubezahlen. Frühjahr 1869. Adele Spitzeder spaziert an der Isar entlang, auf der Suche nach, was wohl, Geld. Sie passiert eine Armengegend südöstlich des Stadtkerns, die Au. Andere werden ihr später unterstellen, sie sei gezielt hierhin gesteuert. Die Au ist seit 15 Jahren in München eingemeindet, wird immer wieder von Hochwassern überflutet, hier leben vor allem ärmliche Arbeiter mit ihren Familien. Mit ihrer modischen Kleidung fällt Adele am Rande der einfachen Hütten sofort auf. Eine Frau begegnet ihr, sie ist hochschwanger, trägt zerrissene Kleidung. Adele spricht sie an. Sie haben es wirklich nicht leicht hier in der Au, kaum noch vertrauenswürdige Menschen auf dieser Welt, nur noch Gauner und Halsabschneider, wo man hinsieht. Adele blickt wehmütig Richtung Wasser. Ihr Gegenüber nickt. Der Winter war hart hier in den Hütten, sagt die Frau. Aber sie, sie sehen so aus, als kämen sie aus gutem Hause. Was führt sie hierher? Die wohlgekleidete Fremde imponiert der werdenden Mutter. Adele merkt das und steigt zugleich auf die Steilvorlage ein. Das stimmt, ich bin wohl betucht, sagt sie. Ich bin auch meine eigene Herrin, mache mein eigenes Geld. Auf Halsabschneider bin ich nicht angewiesen. Es ist ein Segen, als Frau allein, ohne Beschützer und Ehemann durch München zu laufen, ohne buckeln zu müssen. Der Ausspruch erzielt bei Adele gegenüber genau die Wirkung, auf die sie vermutlich gehofft hatte. Wie bitte haben Sie das geschafft? Erwidert die Frau. Sie ist begeistert. Ein Hoffnungsschimmer blitzt in ihren bislang müden Augen auf. Adele wittert ihre Chance. Eigentlich kann ich das nicht verraten, aber Sie mit Ihrem baldigen Kind hätten ein besseres Leben verdient. Mal sehen. Kommen Sie doch mit Ihrem Mann heute Abend bei mir im österreichischen Hof vorbei. Die Frau, die Spitzeder hier in der ärmlichen Gegend Au nahe München getroffen hat, wird Adele's erste Kundin werden. Sie ist die Frau eines dort ansässigen Zimmermanns. Wie sich die beiden genau kennenlernten, ist strittig. Das eben war eine szenische Rekonstruktion, die auf Julian Nebels Buch und den Schilderungen im späteren Prozess basiert. Adele selbst behauptet aber in ihrer Biografie, dass die Zimmermannsfrau sie selbst aufgesucht habe. Sie sei eine entfernte Bekannte gewesen. Was unstrittig ist, Adele wird diesen Leuten, zunächst dem Zimmermann, später anderen Bekannten von diesem, 10% Zinsen versprechen innerhalb von drei Monaten. Ein Gefallen für die armen Zimmerleute, behauptet sie. Wie das genau funktioniert, erklärt uns nochmal Julian Nebel. Rein physisch ging es so vonstatten, sie hat 100 Gulden entgegengenommen, 20 Gulden direkt wieder zurückgegeben. Das waren die ersten beiden Monatszinsen. Übrig blieben 110 Gulden, die sie geschuldet hat, die hat sie nach drei Monaten wieder ausbezahlt. Und so ging das weiter. Und was sie auch gemacht hat, ist, dass sie den Leuten, die da zufrieden waren, sagte, na gut, wenn ihr hier andere Leute herbringt, die das auch machen wollen, bekommt ihr auch einen gewissen Anteil davon. Das waren mal drei, das waren mal 5%, mal 10%. Also diese Zuträger haben sehr stark dazu beigetragen, dass dieser Andrang so wuchs. Und es war natürlich Mundpropaganda. Sie hat es ja auch ganz geschickt gemacht, erzählt keinem davon. Und wenn ich sage, erzählt keinem davon, dann ist ja klar, wo das hingeht. Nämlich, dass am Ende alle davon wussten. Kein Wunder also, dass sich Adele bald nicht mehr vor interessierten Anlegern retten kann. All das klingt für die Arbeiter in München und Umgebung natürlich nach einem guten Deal. Ist es ja auch, solange die Kreditlawine das System nicht einbrechen lässt. Die arme Adele kann sich kaum vor Geld retten und als gute Seele nicht Nein sagen, wenn es gilt, den Armen zu helfen. Ist ja klar. Ein Sonntagnachmittag im Sommer 1869. Adele sitzt am Schreibtisch in ihrem Hotelzimmer. Sie sortiert gerade das Geld, das ihr die Kunden nun regelmäßig bringen. Dann klopft es an der Tür. Eine Menge Leute aus der niederen Volksklasse tritt herein. So erinnert sich Spitzeder später. Ich vermute, sie haben sich im Zimmer geirrt, sagt sie zunächst. Nein, nein, wir sind ganz richtig hier, kommt aus der Gruppe zurück. Sie sind doch Fräulein Spitzeder, oder? Das Fräulein, das Gelder gegen Verzinsung annimmt. Woher wissen Sie davon, sagt Spitzeder. Sie wirkt überrascht. Ich habe in der Au davon gehört, erwidert einer. Ich hörte es in Giesing, sagt ein anderer. Ein Dritter ruft aus. Ich habe es in der Stadt mitbekommen. Spitzeder, das wird sie zumindest später behaupten, warnt die naiven Leutchen erst einmal. Ich bin nicht imstande, auch nur die geringste Sicherheit oder Deckung zu bieten. Das macht nichts. Wir wollen's probieren. Kommt zurück. Ich nehme Gelder nur auf persönliches Vertrauen an, ohne dafür auch nur einen Schein von Sicherheit bieten zu können. Ihr möchtet euch wohl hüten, euer Geld unüberlegt und leichtsinnig anzulegen, mahnt Spitzeder noch einmal. Das verunsichert die Leutchen dann doch. Sie wenden sich kurz ab, beratschlagen sich leise in einer Ecke des Zimmers. Dann bricht ein Zimmermann die Besprechung auf. Mit den Worten, nehmen Sie nur die 100 Stück, tritt er an Spitzeder heran. Er legt eine 100-Gulden-Rolle auf Spitzeders Schreibtisch ab. Ein zweiter aus der Gruppe folgt, dann ein dritter. Auch sie möchten ein Päckchen Geld loswerden. Halb gezwungen nahm ich also diese Darlehen an, erinnert sich Spitzeder später. Die anderen schickte ich mit der Mahnung, sich die Sache vorher genau zu überlegen, wieder fort. Am folgenden Tag schon kamen die fortgeschickten Personen wieder und ich musste nun, wohl oder übel, auch ihr Geld annehmen. Julian Nebel erklärt uns jetzt noch einmal, für wie glaubwürdig er diese Szene hält. Ja, die Erzählung, dass sie laut immer gesagt hat, sie kann keine Sicherheiten geben, also das ist wirklich komplett auf Risiko der Leute, das ist natürlich vollkommen richtig, weil das hat sie auch nach vielen Zeugenaussagen ausdrücklich und nachdrücklich immer so gesagt und ich glaube, das war ein ganz großer Teil des Erfolgs. Sie hat ja auch es so gemacht, dass wenn der Andrang zu groß wurde, dass sie Leute auch weggeschickt hat und gesagt hat, ich will euer Geld ja gar nicht. Also sie hat quasi eine künstliche Verknappung geschaffen und das ist relativ platt natürlich eigentlich. Aber das hat es natürlich dann noch interessanter gemacht. Für Adele läuft jedenfalls alles wie am Schnürchen. Ein Jahr lang kommt das Geld immer mehr und mehr rein. Dann gibt es an ihrem Wohnort, der gleichzeitig auch ihr Büro ist, einen kleinen Zwischenfall. Es brach eines Abends im Rückgebäude des Gasthofes Feuer aus. Meine Freundin und ich im panischen Schrecken ergriffen eilends über Hals und Kopf die Flucht. Die Freundin nahm die Geldtasche mit etwa 200 Gulden Inhalt, ich die Hunde im Armkorb. Einen Hut der Königin Elisabeth, den ich damals außer einigen Theatergarderobegegenständen noch besaß, stülpte ich auf den Kopf und eilte im Schlafrock und Pantoffeln schnurstracks ins deutsche Haus. Wo selbst ich mit der langen Feder auf dem Hute den Hunden im Armkorb, Pantoffel und Schlafrock hinzugerechnet, bei Wirt Frenkel nicht geringes Erstaunen hervorrief. Herr Frenkel, richten Sie mir zwei Zimmer im zweiten Stock. Es brennt, rief ich gravitätisch, sprachs und stieg gemessenen Schrittes die Stufen hinan, um meine aus Feuers Gefahr gerettete Haut samt Vermögen in Sicherheit zu bringen. Oben angekommen, setzte ich mich mit größter Gemütsruhe auf das Sofa und qualmte eine Zigarre, während sich meine Dienerin dem Geschäfte der Hundefütterung widmete. Eine Beruhigungszigarre also. Ja, das ist eine Szene, die Adelis, ich nenne es mal pragmatische Art, ganz gut beschreibt. Von einem Feuer lässt sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Es gibt aber noch weitere Probleme, die zu dieser Zeit auftreten. Es kommen nämlich erste Skeptiker ins Spiel. Die Presse kommt ihr langsam auf die Schliche. Da ist vor allem eine Zeitung zu nennen, das sind die Münchner Neuesten Nachrichten. Das ist auch die Zeitung übrigens, die Adelis Geschäft den Namen Dachauer Bank gibt. Nämlich deswegen, weil viele Arbeiter aus Dachau stammen, die bei Adele anlegen. Die Münchner Neuesten Nachrichten schreiben schon damals, Zitat, dass sich im Deutschen Hause zwei Schwindlerinnen befänden, welche den Leuten, namentlich rechts der Isar-Wohnenden, das Geld aus der Tasche zu holen suchen. Daraufhin kommt die erste Auszahlungswelle. Viele ihrer Kunden verlangen ihr Geld zurück. Aber Adele stand fest wie die Eiche im Wind, so beschreibt sie es selbst. Sie hat genug Rücklagen gebildet, um alle auszuzahlen. Gleichzeitig hat sie aber auch immer mehr Fans. In Münchner Wirtshäusern singt man zu dieser Zeit ein Lied. Die Dachauer Bank kriegt noch das Geld vom ganzen Land. Sie ist inzwischen eine Art Star. Und so kommen immer mehr Kunden in die Dachauer Bank. Adele muss weitere Zimmer mieten, stellt Personal ein. Erst eine Kassiererin, dann ihre alte Theateragentin Betty Winter für die Buchführung. Sie kann sich bald nicht mehr retten vor Geld. Und das, obwohl sie teilweise recht grob ist und ihre Anleger nicht besonders nett behandelt. Oder gerade deswegen? Ja, das klingt erstmal ein bisschen so, als würde sich das widersprechen. Aber tatsächlich scheint es so, als wäre es gerade ihre Grobheit, die immer mehr Leute anlockt. Das liegt daran, das ist zumindest auch die Theorie von Julian Nebel, dass Grobheit damals wie heute oft auch mit Ehrlichkeit verwechselt wird. Im Falle von Adele sind es dann Sätze wie, ich zitiere jetzt aus ihrer Biografie, Kalbsköpfe, ich sag's euch rund heraus, dass ich keine Sicherheit gebe. Oder, ich hab euch Pack nicht gerufen, ihr könnt euch alle zum Kuckuck scheren, mit denen sie die potenziellen Anleger begrüßt. Und die grinsen fröhlich zurück. Das alles funktioniert also bei den sogenannten Leutchen. Das Geschäft wächst und wächst, Millionen und abermals Millionen kamen und gingen, sagt Adele. Irgendwann wird dem Hotel das Treiben zu bunt. Adele zieht aus. Laut eigener Aussage besitzt sie zu diesem Zeitpunkt ungefähr 300.000 Gulden. Es war an einem Oktobersonntag, als ich in mein schon vorher möbliertes neues Haus einzog. Das Wetter war regnerisch. Der Himmel sah grau herab. Wahrlich ein böses Omen. Ich fuhr mit meinen Hunden in die Schönfeldstraße, wo meiner ein ganz feierlicher Empfang hatte. Vor dem Haus angelangt, wurde ich von mehreren Männern aus dem Wagen gehoben und unterm Eingangstor waren 300 bis 400 Menschen versammelt. Darunter weiß gekleidete Kinder mit Blumen und Kränzen, um mich zu empfangen. Ich war tief ergriffen. Doch beschlich trotz all dieser Ovationen ein banges Vorgefühl mein Herz. Als ob ich mich in diesen Räumen nie recht heimisch fühlen würde. Der Jubel der Leute fand kein Echo in meinem Inneren, das von Wehmut erfüllt war. Adele hat also bereits böse Vorahnungen. Bisher aber läuft alles ziemlich gut für sie. Sie wird immer reicher und stellt immer mehr Bedienstete ein. Sie schreibt selbst, dass jeden Tag ungefähr 80.000 bis 100.000 Gulden eingezahlt werden. Der Rubel rollt also. Langsam wird's professionell, könnte man meinen, oder? Julian Nebel sagt dazu Folgendes. Der Umzug in ihr eigenes Haus, dass sie quasi von der Untermieterin in Hotels, wo sie vorher das alles gemacht hat, hin zu einer, ich sag mal, Geschäftsniederlassung, sieht natürlich professionell aus, wie ein Schritt zur Professionalisierung. Das war ja auch nämlich ein sehr professioneller Marketing-Gag. Also Marketing ist sowieso etwas, was sie sehr gut konnte. Professionalisierung in der Hinsicht, dass sie da irgendwie Bilanzen gemacht hätte, auch eine ordentliche Buchführung gemacht hätte, nein. Da hat sich mit dem Umzug überhaupt gar nichts verändert. Und auch wenn sie da dann eine Infrastruktur aufgebaut hat, dann bestand die ja nur darin, dass da irgendwie mehr Platz war für die Leute, dass sie Wartebereiche hatten, dass sie da gegenüber die Wirtschaft angemietet hat, wo dann die Leute warten konnten, bis sie dran waren, und dass sie Tische aufgestellt hat und ein bisschen mehr Platz hatte zum Lagern von Wertpapieren und Geldsäcken. Ja, so wirklich professionell geht es also noch immer nicht zur Sache, eher im Gegenteil. Dennoch, eine Menge Kohle kommt Tag für Tag rein. Das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Vielleicht investiert sie das ja jetzt in andere Projekte und schafft so doch noch irgendwie ein Geschäftsmodell. Nicht wirklich. Unternehmungen, wie sie meinem riesenhaften Kredite angemessen gewesen wären und wie man sie von mir auch erwartet haben wird, konnte ich eigentlich gar nie so recht ins Werk setzen, weil mich die immerwährenden Hetzereien und Verdächtigungen der mir feindlich gesinnten Presse, sowohl als auch die üblen Nachreden meiner sonstigen Feinde und Neider dazu zwangen, kolossale Kapitalien tot liegen zu lassen, um eventuell meine aufgehetzten Gläubiger, wenn sie schwarmweise um ihr Geld angerückt kamen, sofort befriedigen zu können. Ja, Adele hat ja jetzt schon ein, zweimal die Erfahrung gemacht, dass es mitunter auch zu Auszahlungswellen kommen kann. Deswegen behält sie für den Fall der Fälle das meiste Geld einfach ein. Sie kauft aber auch einige Immobilien, unter anderem eben das Haus, in dem sie inzwischen wohnt und ihr Geschäft betreibt. Vor allem investiert sie aber in was ganz anderes und das deutet sich schon an in dem, was sie gerade eben gesagt hat, beziehungsweise was wir hier gehört haben, nämlich die Presse, die es mit ihr ja so übel meint und die ihr zu schaffen macht, dem versucht sie ein bisschen vorzubeugen und investiert deswegen eben in genau diese Presse. Die Münchner neuesten Nachrichten hatten ja schon früh vor Adele Spitzeder und ihrer Dachauer Bank gewarnt. Das gefiel ihr natürlich gar nicht und deshalb suchte sie eine Möglichkeit, diese schlechte Presse zumindest auszugleichen. Sie traf sich mit Redakteuren einiger eher katholisch, aber vor allem konservativ geprägter Zeitungen. Verteilte Geld kaufte sich letztlich deren Wohlwollen und so entbrannte ein kleiner Zeitungskrieg. Und jede Zeitung, die finanziell nicht so gut dastand, da war Adele natürlich sofort bereit, die einfach aufzukaufen. Das deutet auch schon auf das andere hin, in was sie sehr viel Geld investierte, denn Adele ist ja eine gutmütige Seele. Das beschreibt sie ja immer wieder so. Deswegen dreht sie vor allem als Wohltäterin auf. Was sie selbst dazu sagt, das finde ich ganz amüsant, ist unter anderem folgendes. Zitat Das Zitat geht weiter Also das sagt Adele selber über sich. Das Highlight dieser Wohltätigkeitsinvestition ist die sogenannte Volksküche. Die wird am 25. September 1872 eröffnet. Adele ist selbst anwesend, aber nur, das sagt sie selbst, weil sie so oft darum gebeten wurde, doch unbedingt auch selbst vorbeizukommen. Um 11 Uhr kam ich angefahren und stieg, um Aufsehen zu vermeiden, vor dem Hinterhause ab. Aber schon auf dem Wege, den ich passieren musste, hatten sich Gruppen von elegant gekleideten Ladenschwänglern durch impertinente Blicke, die sie mir zuwarfen, bemerklich gemacht. In dem Augenblicke, als ich unter das Tor trat, da musste sich doch die Überzeugung in mir geltend machen, dass die Zahl meiner Freunde eine bedeutend größere sei als jener meiner Feinde. Denn es hatte sich eine wahre Flut mir wohlgesinnter Menschen, weiß gekleidete Mädchen an der Spitze, davor angesammelt, um mir in verschiedenen Anreden ihren Dank für die Errichtung der Volksküche Ausdruck zu geben. Nach nicht enden wollenden Hochrufen wurde ich so dann mit Blumen förmlich überschüttet, sodass ich dieselben unmöglich allein tragen konnte und mir der Polizeikommissar dabei behilflich war. Die Volksküche läuft gut. Bier ist hier ein Kreuzer billiger, Essen ebenfalls sehr günstig. Einmal werden wohl in einer einzigen Stunde 2000 Knödel verkauft. Oftmals wurde so viel konsumiert, dass um 11 Uhr vormittags schon der ganze Vorrat aufgebraucht war, so beschreibt sie es selbst. Daneben übernimmt sie diverse Taufpatenschaften für Kinder von Anlegern, spendet viel Geld an die Kirche und inszeniert sich insgesamt als brave, großzügige Christin. Ob das alles nur Show war oder sie wirklich eine Wohltäterin war, Julian Nebel denkt so darüber. Also ich, wahrscheinlich ist irgendwie, wenn man das so sagen kann, in jeder Wohltat immer auch ein bisschen Eigennutz drin. Und der Eigennutzanteil ist eventuell bei ihr ein bisschen höher als bei anderen. Aber ich kann ihr das gar nicht absprechen, dass sie eventuell da auch wirklich gerne mal geholfen hat im Einzelfall. Dass aber natürlich diese ganzen Großwohltaten, die sie gemacht hat, also wie die Volksküche, wo das Bier immer irgendwie ein Pfennig billiger war als woanders, was ja auch marketingtechnisch wahnsinnig clever ist, ehrlich gesagt. Und wenn sie dann ihre Ausfahrten aufs Land gemacht hat, die ja auch ihren Reichtum zeigen sollten, ja auch der Landbevölkerung, von der ja viele, ich nenne sie mal Kunden, der ihrer Privatbank kamen, die sollten ja sehen, dass sie reich war, dass sie erfolgreich war und dass sie dann irgendwie da auch Gelage machen kann und die Leute einladen kann. Und wenn sie durch ein Dorf fährt, dann kriegen die halt irgendwie alle Kaffee oder Schweinebraten oder Knödel. Das hat die natürlich gefreut. Insofern ja, Wohltäterin und Christin, sie wusste natürlich schon sehr genau, wie sie Mundpropaganda einsetzen kann. Und wie alle, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, ich eingeschlossen, wissen, dass da, jedenfalls damals war es so, dass Pfarrer und Lehrer waren die entscheidenden Personen und mit den Pfarrern hat sie sich sehr gut gestellt, was ja auch sehr leicht war. Ja, dann gab es den Pfarrer in Hirtelbach in Dachauer Land, ein wunderschönes Dorf. Der hat einfach Zigarren geliebt und die hat er bekommen von ihr. Und wenn sie da Glocken gestiftet hat für Münchner Kirchen und so weiter, das ist natürlich, also wer sowas macht, der kann ja nicht schlecht sein. Ja, und das war, also PR konnte sie. Und diese PR zeigte Wirkung und vermutlich genau die, die sich Adele eben erhofft hatte. Sie wird gefeiert, überall wo sie hinkommt, zeigt sich dort auch großzügig, gibt Bier aus, was wiederum zu noch mehr Jubel führt. Und dennoch, so wirklich genießen kann sie all diese Ovationen nicht. Oh, wer damals in mein Inneres hätte sehen können, wie unglücklich, trostlos und öde es da aussah. Diese fortwährenden Ovationen und zahllosen Hochrufe, sie waren keine Musik für mein Ohr, sondern sie quälten, beängstigten und beklemmten mich unsäglich. Ich war damals bemitleidenswert, denn trotz meiner Millionen stiegen fortwährend von meinem Geiste düstere und traurige Ahnung auf, die ich nimmermehr verscheuchen konnte. Sagte mir doch eine Stimme in meinem Inneren, dass ich nur von Habsucht, Eigennutz und Heuchelei umgeben sei. Ja, Adele hat zu dieser Zeit eine böse Vorahnung und die ist auch nicht unbegründet, denn obwohl sie unglaublich viel Geld in PR investiert hat und obwohl die halbe Presselandschaft um München inzwischen in ihrer Hand ist, das haben wir ja bereits gehört, ist es so, dass auch die Kritiker immer lauter werden. Das liegt auch daran, dass der Fall Adele Spitzeder inzwischen zu einem echten Problem für die öffentliche Hand auch wird. Es ist so, dass ganz viele Sparkassen in der Gegend um München, die ja in öffentlicher Hand waren, überhaupt kein Geld mehr plötzlich hatten, weil ihre Kunden dieses ganze Geld abzogen, um es bei Adele zu investieren, was wiederum natürlich ein Problem für die Staatskasse bedeutete. Deswegen hat sich auch die Politik inzwischen mit Adele beschäftigt und das Innenministerium gab eine Warnung vor Investitionen bei Adele raus und diese Warnung zeigte Wirkung. Es wurde dann immer ein bisschen unsicherer, die Stimmung, sie kippte noch nicht wirklich, aber sie wurde so ein bisschen zweifelnd, ob das jetzt wirklich so gut war und man sieht schon die Entwicklung, dass dann die Abflüsse irgendwann sehr schnell vor dem, also ein paar Wochen vor dem Ende, die Zuflüsse überstiegen. Und um das zu beschleunigen, hat dann tatsächlich die Polizei Schuldscheine der Speziesischen Privatbank gekauft, um das tatsächlich gesammelt, eine große Summe gesammelt zurückzufordern und so den Zusammenbruch des Schneeballsystems zu beschleunigen und zu erzwingen. Und dann ist es eben tatsächlich soweit. Das Kartenhaus fällt in sich zusammen. 12. November 1872, Schönfeldstraße 9. Es ist am frühen Morgen um 3.30 Uhr, als Adele Spitzeder nicht länger schlafen kann. Hunderte Anleger, wahlweise panisch, wahlweise erbost, wahlweise in Sorge um ihre Adele, in jedem Fall aber aufgebracht, drängen sich schon vor Sonnenaufgang vor den Toren der Dachauer Bank. Die öffentlichen Warnungen der letzten Tage haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Um 4 Uhr in der Früh haben Adeles Mitarbeiter bereits die ersten Menschen hereingelassen. Dann, noch im Morgenrock, tritt Adele Spitzeder selbst in ihr Zahlungszimmer. Bleibt ruhig und rührt euch nicht, solange ich hier zugegen bin, ruft sie der Masse zu, die sofort verstummt. Adele begibt sich zurück in ihr Zimmer im zweiten Stock. Um 7 Uhr nehmen Adeles Zahlmeister ihren Dienst auf. Von Adeles Bett führt eine hölzerne Rutsche in den Auszahlungsraum. Zuerst lässt sie 80.000 Gulden in Silber heruntergleiten, weitere Sendungen folgen. Am Nachmittag, kurz vor 4 Uhr, hat sie 180.000 Gulden ausbezahlt. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die ganze Schönfeldstraße mit Gläubigern gefüllt. Auch Schaulustige haben sich dazugesellt. Die Panik unter den Leuten wächst. Um 4 Uhr werde Adeles Geschäft zugesperrt, kursiert in der Stadt. Die Menschen macht das nur noch panischer. Sie stürmen auf Adele zu, weinend und schreiend. Bitte sagen Sie uns nur, was wir jetzt tun können, flehen die Menschen. Adele versucht, sie zu beruhigen. Die Gerichtskommission habe ja gar nichts gegen sie in der Hand. Alles würde so weiterlaufen wie bisher, sobald sich die Lage einmal geklärt habe. Dann, pünktlich um 4 Uhr, ist es soweit. Soldaten rücken in die Schönfeldstraße vor. Ein Polizeiaufgebot bahnt sich den Weg durch die Menschenmassen. Ihnen folgen sieben Herren von der Gerichtskommission, wie angekündigt. Die Auszahlungen werden sofort eingestellt auf gerichtlichen Befehl. Wer sein Geld jetzt nicht hat, wird es vermutlich nie wiedersehen, fürchten die Leute, nicht zu Unrecht. Da hilft es wenig, dass Adele noch immer ihre Unerschrockenheit zu inszenieren weiß. Was wünschen die Herren von mir? ruft sie ihren Vollstreckern zu. In Wahrheit weiß sie ganz genau, der Tag der Katastrophe, so wird sie es später schreiben, ist eingetreten. Ich habe ihr vertraut! Tja, es ist vorbei. Am Ende besitzt sie nicht einmal zwei Millionen und hat Schulden von insgesamt zehn Millionen Gulden. Adele wird in das Untersuchungsgefängnis in der Badstraße gebracht und beschreibt diesen Moment sehr dramatisch. Ein Ungewitter sei über sie hereingebrochen, Berge von Gold seien durch ihre Hände gegangen und nun ist sie Gefangene. Das Ende der Dachauer Bank eben. Ja, die arme Adele mal wieder. Die wirklichen Opfer sind natürlich andere. Es gibt insgesamt 31.000 Gläubiger. Die Dunkelziffer ist vermutlich bedeutend höher. Es ist ja schon bezeichnend, dass die Polizei quasi in eine Situation reinkam, wo hunderte Leute ihr Geld haben wollten. Nicht nur innen, sondern auch vor der Bank waren die Straßen voll, weil die ihr Geld ausbezahlt haben wollten. Und die Polizei hat das gestoppt und erst mal versucht, einen Überblick zu bekommen, wie überhaupt die Situation, die bilanzielle Situation ist, will ich mal sagen. Das ist wahnsinnig schwierig. Adele hatte Geldsäcke überall und sogar bei ihrer Friseurin. Das erst mal alles zu finden, war schon nicht ganz einfach. Und dann vor allem einen Überblick zu bekommen, wem sie das denn alles schuldet. Viele der Leute waren ja auch des Schreibens gar nicht mächtig und haben dann ihre Schuldscheine mit XXX unterschrieben. Oder sich in dieses Buch eingetragen mit XXX. Und am Ende sollten sich dann die Leute melden, die sagen, wir bekommen noch Geld von der Bank. Das waren dann circa 30.000 Menschen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wahrscheinlich waren es aber weit mehr. Also ich glaube, es war auch ein großer Teil Scham dabei. Und unter den Leuten, die sich dann gemeldet haben und damals hieß das Gant, dann Konkurs, jetzt Insolvenz, ist es ja so, dass da natürlich eine Insolvenzquote gebildet wird, die heutzutage, wenn etwas pleite geht, im Schnitt, wenn man Glück hat, weil da drei Prozent liegt, dann hat man schon richtig viel Glück als Gläubiger. Und damals tatsächlich noch bei circa 14 Prozent lag, was ja daran lag, dass sie einfach ihr Geld nicht ausgegeben hat. Sie hat das irgendwie eingesammelt und dann irgendwie gelagert. Und deswegen war schon natürlich viel weg. Aber es war doch einiges da, was dann noch verteilt werden konnte. Also jeder hat so im Schnitt 14 Prozent der Einlagen wiederbekommen. Das ist natürlich für die Leute, die sowieso nichts hatten, eine Katastrophe gewesen. Es war nicht viel, aber es war alles, heißt es dazu in einer zeitgenössischen Karikatur. Viele Bauern müssen ihre Höfe verkaufen, stehen vor dem Nichts, selbst ganze Landgemeinden gehen bankrott. Fast ein Dreivierteljahr nach der Verhaftung beginnt der Prozess vor dem Münchner Schwurgericht. Und Adele Spitzeder inszeniert sich, wenig überraschend, als Opfer. Ihre Mutter ist kurz zuvor gestorben, deswegen trägt sie laut eigener Aussage Trauerkleidung. Die Verhandlung dauert insgesamt sieben Tage. Am Ende wird sie wegen betrügerischen Bankrotts zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Sie selbst erzählt, dass sie daraufhin zusammenbricht. Am 9. September 1873 tritt das Urteil in Kraft. Die Haftzeit ist wohl sehr schwierig für sie. Adele hat Tobsuchtsanfälle und glaubt, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden zu müssen. Sie glaubt nach wie vor, für andere büßen zu müssen. Dabei hätte sie es wohl schlechter treffen können, wie Julia Nebel es beschreibt. Sie hatte es aber relativ gut im Vergleich, weil sie eben nicht, ich sag mal, ins Zuchthaus gekommen ist, sondern in Schuldhaft. Also ganz platt gesagt, es gab eine Unterscheidung zwischen, also echten Verbrechern, das war ganz sicher furchtbar da zu sitzen, und was man früher Schuldturm genannt hat, ja, also die Leute, die einfach Geld schuldeten und das nicht zurückzahlen konnten, also eher das Zivilrechtliche dabei. Und sie blieb in der Haft, ich sag mal, im Schuldturm und musste keine schweren Arbeiten erledigen, hatte auch ihren Hund dabei. In diesem relativ komfortablen Gefängnis schreibt sie dann auch ihre Memoiren. Wie es dazu kam, lassen wir sie noch einmal selbst erzählen, denn so kann es nur eine Adele Spitzeder ausdrücken. Gebrochen an Körper und Geist, dem Wahnsinn nahe, so fand mich einer meiner Anwälte, als er mich im Anfange meiner Gefangenschaft besuchte. Sofort begriff er, dass ich zugrunde gehen müsse, wenn mein Lebendiger, stets nach Beschäftigung dürstender Geist nichts zu tun hätte. Beschäftigen Sie sich mit irgendeinem Studium, lesen Sie die Klassiker, forderte er mich auf. Die kenne ich alle schon, erwiderte ich. Ich habe in meinen Jugendjahren Schiller teilweise ins Französische, Englische, Italienische, Spanische und ebenso Shakespeare, Sheridan, Byron, Walter Scott, Calderon, Dante, Ariosto, Alfieri, Raccini, Moliere, Horace, Beranga ins Deutsche übersetzt. Ebenso dänische, schwedische und holländische Literaturgrößen. Etwas werde ich aber tun. Ich werde Jurisprudenz studieren, so gut es geht. Nein, dies ist eine zu trockene Beschäftigung, lautete die Antwort des Anwalts. Schreiben Sie lieber Ihre Memoiren. Das macht Adile dann auch. Ihr Buch, aus dem wir hier wiederholt zitiert haben, ist eine uneinsichtige Abrechnung mit all ihren Feinden und einstigen Freunden. Es endet mit den Worten, viele Leser, ja ich darf sagen, die meisten, werden die Ansicht einer großen Anzahl von Juristen teilen, dass meine Verurteilung nicht gerechtfertigt war. Tja, so sicher wie Adele bin ich jetzt nicht, dass eine große Anzahl von Juristen ihre Verurteilung als ungerechtfertigt ansieht, aber das zieht sich ja durch die gesamte Geschichte. Selbst und Fremdbild klaffen doch recht weit auseinander und Schuld empfindet sie schon mal gar nicht. Spannende Frau, aber ich finde sie auch ziemlich unsympathisch. Und du? Ja, also sympathisch ist Adele Spitz-Eder auf jeden Fall nicht, aber unterhaltsam, gerade aufgrund ihrer Dreistigkeit, ist sie ja schon irgendwie. Julian Nebel hat auch eine ganz klare Meinung zu der Frage, ob schuldig oder unschuldig. Ich bin der Meinung, dass sie ganz zu Recht verurteilt wurde. Es ist natürlich so, dass sie die Leichtgläubigkeit der Leute ausgenutzt hat. Also sie hat ganz bewusst darauf gesetzt, dass sie es mit Leuten zu tun hat, die sich in Geldgeschäften überhaupt gar nicht auskennen. Was man denen natürlich vorwerfen muss, ist, dass sie natürlich gierig waren. Also wenn ich höre, 10% Zinsen im Monat, dann müssen natürlich die Alarmglocken läuten. Aber nur weil ein Opfer ich sage mal leichtgläubig ist, macht das den Täter ja nicht unschuldig. Und zu diesem Schluss muss ich auch kommen, weil sie natürlich ganz genau wusste, wo das hinführt, nämlich in den Verlust der Ersparnisse von ganz vielen Leuten. Ich denke, Julian Nebels Gesamtfazit zu Adele Spitzeder ist auch ein gutes Schlusswort. Eine wahnsinnig beeindruckende Frau, die ihren Weg selbstbewusst gegangen ist und das besser nicht gemacht hätte. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. An dieser Folge haben mitgearbeitet Redaktion Tobias Gürtler, Anna Hünscheit, Sounddesign Florian Pape, Musik Christian Heinemann, Sprecher Friederike Kuttig, Thomas Ballou-Martin. Weiteres Stimmen Dominik Zubel, Nadine Kröppel, Tim Seckel, Lars Gerdkes, Nina Zimmermann und Leonard Dumke.